Rundfunk Das sieht aus einem tollen Rad, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Sollte Das war's. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie haben eine Arbeit, da ist es natürlich Danke schön Ich wünsche auch viel Spaß damit vor allem in Deinem Boden und in der Brüder mit dem Akzessor der hat schon geheimnis belegt Gospenhardt Ademeyer schon mal Deutscher Meister Die Jünger werden es nicht wissen aber schon mal Deutscher Meister Das ist auch schon ein paar Tage her, dass Sven Harter aus Unna, den ich gerade am Mikrofon hatte, auch schon mal ein Deutsch meinte. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.